Herzlich Willkommen zurück bei Firewatch und Kuhnmann, das bin ich und das Feier, wo ist denn das Feier? Das Feier ist da hinten und ja, wir haben einen schönen Kalender, Juli 1989, sehr schön, gut. Und unsere Aufgabe ist, ab in die Höhle, ins Cave und es gibt noch einige Dinge, die ich erledigen möchte und zwar haben wir jetzt die Axt und wenn ich mir dann überlege, dass es da noch, ja, die Höhle gab, bei der wir nicht weitergekommen sind. Jetzt lass mich mal kurz auf die Karte gucken, okay, wir sind hier, das ist, das Cave ist da hinten, die Höhle, die Höhle, die Höhle, ähm, die Höhle ist hier unten und das ist das Fensding, Thoroughfare Basin, da waren wir noch gar nie, Supply Drop, hier irgendwo beim Supply Drop haben wir doch gesehen, dass wir nach dem Cave, komm, das gucken wir uns an, Süden, Westen, wir müssen nach Osten, so, hier geht's lang. Also, wir gehen jetzt runter zum Cave, gehen aber nicht direkt ins Cave, weil ich will mit der Axt noch gucken, wir hatten doch noch diese Höhle mit dem Gebüsch dahinter, wo wir nicht weitergekommen sind, das würde mich schon noch Wunder nehmen, wo wir da hinkommen. Und das wird immer schräger. Ich meine, fassen wir mal zusammen, wir wurden belauscht, wir wurden angeleuchtet, als erstes, dann waren diese komischen Chicks da. Dann, die Notizen, oh. Wo sind wir denn jetzt? In die falsche Richtung. Das ist, äh, schön. Gucken wir mal an. Eins, zwei, drei, vier. Karte, zeichnen wir ab. Hier sind wieder Bücher, Toilettenpapier, das kann man nicht mitnehmen, sondern nur fassen lassen. Terminal 7, okay. Der zufällige Retter. Jane Eyre, eine Chance auf den Tod. Das ist das hier. Hier ist sonst nichts drin. Nur wieder diese blöden Bücher. Boah, ich bin gerade erschrocken auf den Felsen da. So, hi Ron, ich wünsche mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Meistens schreibe ich ja, lieber, aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in den Zentralen. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe von ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich sagen soll, aber habe bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Okay. Auf jeden Fall war es der falsche Weg. Und nochmal, springen. Gut, wir sind falsch abgewogen, sprich, in die falsche Richtung gelaufen. Immer gut, wenn man so professioneller Firewatcher ist. Wir können das. Richtig gut. Oder? Also ich hoffe es mal gut, dass wir dann demnach die andere Richtung, einfach total die andere Richtung am Turm vorbei, die andere Richtung. Ja, dann machen wir das. Und die Sicht, sie wird immer unklarer und undeutlicher. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche Jumpscares auf uns warten oder wir uns nur am Schatten und an Dingen erschrecken sollen. Ah, ja, ja, ja. Was für ein Spiel. Toilette, hallo. Jetzt gehen wir hier kurz runter. Genau, das war nämlich hier. So, Sprung und Sprung. Sehr gut. Jetzt stimmt die Richtung. Jetzt schauen wir mal. Hey, du... ... 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 So, warte mal. Hier, runter. So, jetzt sind wir hier im Cave. Aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Das nimmt mich wunder. Das nimmt mich wirklich wunder. Und zwar... Lass mich noch mal auf die Karte gucken. Hoch. Und dann... Oh, Entschuldigung. Hoch und dann rechts links. Links meine ich. Das wäre dann hier so. Was war das jetzt wieder? Ah, hier geht's hoch. Genau. Mich nimmt's Wunder, was... ... weil... ... weswegen ich da hochgehe, ist immer noch das Seil. Das Seil beschäftigt mich schon... ...einige Folgen. Dort, wo wir den Rucksack gefunden haben... ... dort haben wir ein Seil gesehen. Am Hang. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwie herausbekommen... ... warum das da ist. Warum es da oben liegt. Nachher gehen wir gleich in die Cave. Aber... ... das werde ich jetzt wissen. Komm ich da irgendwie nach oben? Oben? Hier. Da vorne. Weil wenn wir schon mal rumlaufen können... ... dann machen wir das auch. Da vorne ist das Seil. ... die Security Box. So kann man das mal schneller gehen hier. Ja. 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 Weil das lässt mir keine Ruhe. Echt nicht. Und ich weiß... ... also ich hoffe, ich komme da irgendwie hoch. Das Seil. Was macht es da oben? Und was ist da los? Ich komme da gar nicht nach oben. Echt jetzt? Ich komme von der Seite nicht nach oben. Ach du Scheiße. Dann muss ich das wohl... ... anders herausfinden. Aber ich will das wissen. Hätten wir doch besser die normale Route genommen. Den Telefonmasten entlang. Na ja. Versuch was wir von dieser Seite. Jetzt gehen wir aber... ... ja, außen rum. Aber ich will das jetzt schon wissen. Ganz ehrlich. Hier kommen wir nicht weiter. So. Gehen wir hier hoch. Diese Geräusche. Wie das wohl ist, wenn man wirklich in der Natur draußen ist, so alleine... ... hört man dann auch viele Dinge... ... und fragt sich, ob man alleine ist oder nicht? Hier nicht? Echt... ... unheimlich. Unheimlich. Runter geht's. Boah, Leute. Das ist so krass. So. Hier sind die Leitungen... ... die gekappt wurden. Aber das wissen wir ja. Das waren... Das waren die... ... die Ladies. Oh, äh, äh, also... ...dose Girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmers tractor for a joyride down in Riverton and, äh, landed in jail. Dammit. Those Girls really did a number on you, huh? No, I'm glad they're not dead, but it also means that they weren't a part of what's going on. Yeah. Was ist das jetzt für ein Signal wieder? Da? I've got a dead elk out here. It's torn up something good. You think it got wise to a government program? Shut up. This elk is wearing a tracking collar. The wave receiver picked it up. Is that right? Ja, es ist nummeriert. Das macht Sinn. Vielleicht waren sie auf dem Ort auf dem Ort. Vielleicht waren sie genau das, was sie sagten. Delilah. Ja. Es gab viele Arten da. Ich meine, sie könnten ein viel haben. Ja, sicher. Sie könnten. Weitersprung nach unten. Machen wir. Noch einer. Haben die nur Eiche beobachtet, aber weswegen... Weshalb haben die Notizen über uns? Das kann ja... Das gibt ja keinen Sinn. Das gibt alles keinen Sinn. So, und wir sind gleich dort, wo ich hin will. Und dann gehen wir mal gucken, was wir da finden. Ich bin... Ich bin davon überzeugt... ...dass wir... ...was Spannendes sehen werden. Aber wo war das nochmal? Wo war das schon wieder? Wo war das schon wieder? Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich hoffe, ich gehe richtig. Sag mal jetzt. Da unten ist... Ja, ich denke schon, dass es korrekt ist, was ich hier mache. Ich hoffe es. Und das war doch jetzt hier irgendwo links. Genau, hier. Hier wollte ich hin. Weil hier sind wir auch vor vielen Folgen mal durch. So. Ah, das ist jetzt hier. Ah, das ist nur eine Abkürzung, oder was? Ach, Mensch. Ich dachte mir, hier finden wir noch weitere Hinweise auf unsere Verfolger. Aber dem war nicht so. Schade. Aber wie kommen wir da hoch? Ich meine, irgendwie müssen wir hier noch oben kommen. Weil ich denke mir schon... Oder da drüben nach oben. Ach. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Dann sind wir wieder hier und kein bisschen schlauer. Nur können wir hier jetzt eine Abkürzung. Das ist okay. Wir kommen da schon noch hin, irgendwie. Ich finde das noch raus. Bestimmt. So. Sehr gut. Geht's hier irgendwie? Hier hoch? Irgendwo irgendwie? Nee. Okay. Dann... Zurück zur Höhle. Da ist der Zaun wieder. Der Fens. Und hier, es klingt immer... Immer so unheimlich hier. Jetzt warte mal kurz. Wo muss ich denn jetzt durch? Weiter hier drüben. Okay. Okay. Ja, das ist eine unheimliche Geschichte irgendwie. Mit vielen, vielen offenen Fragen. Und ich wünsche mir wirklich, dass alles gut erklärt wird, weil sonst... Okay. Hier drüben kann ich runter. Aber sonst weiß ich dann auch nicht. Wird schon schade. Gut. Gut. Also, dann wären wir jetzt... Wären wir jetzt wieder da. Das ist neu. Das ist neu. Haben wir noch nicht gesehen. Okay. Okay. Super. Ein neuer Weg. Beseilt quasi. Wahnsinn. Die Schlucht, die Aussicht. Springen wir rüber. Komm. Hochklettern. Nicht, dass wieder was zusammenfällt hier. Okay. So. Das ist schon... Schön, die Natur hier. Wo gehen wir dann jetzt hoch, bitte? Ne, ich will hier nicht hoch. Das ist ja wieder falsch. Komme ich hier denn nur hier hoch oder auch runter irgendwie? Okay. Ich müsste da nach hinten. Aber da komme ich nicht hin. Okay. Dann haben wir einfach einen neuen Weg entdeckt. Um hier schnell rüber zu kommen. Aber so wirklich schnell war der Höhle sind wir nicht. Schade. Gut. Lachen wir noch ganz kurz zum Cave. Und ich denke mir, wir sehen in der nächsten Folge, was da drin ist. Okay. Okay. Nochmal hoch. Okay. Okay. Nochmal hoch. Das war hier mit dem Rucksack. Nicht wahr? Nicht wahr? Was haben wir denn hier? Wir entdecken die Welt. und Two Forks. Ja. Jonesy Lake. Gut. Das war eine schöne kleine Rundreise. Hat uns gar nichts gebracht. aber wir haben es gemacht denn dieses ankel ist immer der wind die trommeln dann kommt wieder musik vom spiel echt krass so let's go was wohl die leila gerade macht so hier und die ecke noch mal der sprung so jetzt wird es unheimlich ich sag's dir ich spüre dass irgendwas geht vorher irgendwas läuft hier in der kiste und was genau dass es ist das sehen wir in der nächsten folge hier bei kuhmann mit dem schlüssel tor zur hölle zur hülle natürlich alles klar wir gehen schritt zurück und sehen uns das nächste mal bei kuhmann let's place und fire watch ich bin gespannt bis nächstes mal tschüss